Servus Leute und willkommen zurück bei der Shisha-WG. Ich habe heute schon wieder eine neue Vyro-Pfeife für euch. Wir hatten ja erst die Penta, dann die Versa und jetzt kommt schon wieder eine neue Vyro-Pfeife und heute ist es die Evoque. Von den drei Pfeifen, aber denke ich, die besonderste. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, neben mir steht sie ja schon, die neue Vyro-Evoque. Eine Vierschlauchpfeife, die mit einem Steckbull-Adapter Tellerschliff, gekürztem 18.8er Schliffanschluss an den Schlauchanschlüssen kommt, einem Closed Chamber System kommt und einem sehr nicen kleinen Trick, wie man bei einer günstigen Vierschlauchpfeife trotzdem entlüften kann. Das ganze Paket kostet 179,90 Euro. Man bekommt die Pfeife genauso, wie sie hier steht und noch den Steckbull-Adapter. Eine Bowl ist auch immer mit dabei. Hier zum Beispiel die Frozen oder hier noch die Clear. Hier seht ihr auch nochmal den kleinen Steckbull-Adapter. Den blende ich euch aber auch nochmal in einer schönen Detailansicht ein. Wenn ihr euch übrigens was im Aeon oder Vyroshop kaufen wollt, könnt ihr das sehr, sehr gerne mit dem Code SWG machen. Da gibt es für euch immer noch ein kleines Geschenk obendrauf und ein klein bisschen Support an mich, der mir wirklich sehr, sehr viel bedeutet. An der Stelle auch nochmal dickes Dankeschön an jeden, der an Code SWG bei Aeon und Vyro denkt. Die Pfeife hat sozusagen zwei Blow-Offs. Wie man das Ding umbauen kann, das zeige ich euch auf jeden Fall gleich noch. Es ist kein Schlauch und kein Mundstück mitgeliefert. Es sind aber vier Schlauchanschlüsse mitgeliefert. Die Pfeife kommt außerdem mit zwei Sätzen an Kugeln für jeweils die zwei Stellen, wo Kugeln benötigt werden. Ihr braucht nämlich einmal jeweils eine Kugel in einem Schlauchanschluss und es gibt noch vier Entlüftungsventile sozusagen, in denen nochmal kleinere Kugeln drin sind. Wir haben da die Wahl zwischen Glas- und Metallkugeln. Ich muss aber sagen, für mich kam nur eine der Kombinationen wirklich in Frage und das waren die kleinen Metallkugeln und die großen Glaskugeln. Die anderen bräuchte ich ehrlich gesagt nicht mal mehr im Set, weil mit genau dieser Kugelkombination bin ich wunschlos glücklich. Ich würde euch auch empfehlen, die genau so zu rauchen. Bevor wir aber auf die ganz besonderen Feature dieser Pfeife eingehen, würde ich sagen, kommen wir erstmal zu unserem ersten Punkt, der ersten Kategorie der Reviews, die Verarbeitung und Qualität. Da kann man auf jeden Fall sagen, das Ding ist halt von Vyro. Du kriegst halt die klassische Vyro-Qualität. Da gibt es nichts dran zu meckern. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich finde, bei Aeon selbst ist die Qualität immer noch mal ein Ticken geiler. Dafür kosten die Pfeifen halt auch mal mindestens 100 Euro mehr. Aber die Qualität bei Vyro ist sehr, sehr nice. Wir haben komplett Edelstahl. Wir haben schön verarbeitetes Glas ohne Makel, ohne Blasen und Sonstiges. Auch im Edelstahl hatte ich keinerlei Kratzer. Die Gewinde laufen wundervoll. Da quietscht nichts, da hängt nichts. Also genau so, wie man sich das bei einer Pfeife wünscht. Für eine Vierschlauchpfeife um 180 Euro könnte man sagen, naja, die kostet ja jetzt doch ein paar Euro mehr als eine The Hooker oder andere vergleichbare Pfeifen wie WD zum Beispiel noch. Ich finde die Qualität bei Vyro aber ein Ticken geiler. Und wenn wir gleich noch zu den zwei kleinen Tricks von dieser Pfeife kommen, werdet ihr schon merken, warum die vielleicht noch ein kleines Ass im Ärmel hat. Also, abschließend, Verarbeitung, top, kann man nicht meckern, geht zwar noch ein bisschen besser, aber das ist dann halt so, wenn du dann wirklich das Nonplusultra an Qualität rausholen willst, dann musst du halt zu einer Aeon greifen. Wenn du was Vergleichbares bei Aeon haben willst, dann musst du dir die Edition 4 Premium kaufen, die kostet 350 Euro. Und da sind wir halt einfach mal eine ganze Stange Geld oben drüber für ein kleines bisschen mehr an Qualität. Oder anders gesagt, die Qualität von der Vyro ist vollkommen zufriedenstellend und reicht absolut aus. So Leute, zwischendrin noch kurz der Aufruf, wenn euch die Videos hier gefallen, würde es mir wirklich unglaublich weiterhelfen, wenn ihr noch ein Abo, einen Daumen nach oben und vielleicht sogar einen Kommentar da lasst. Für den Algorithmus wäre das wirklich Bombe. Vielen, vielen Dank an der Stelle für euren Support. Kommen wir zum Design von der Pfeife. Ich persönlich muss kurz vorweg sagen, ich mag eigentlich Einschlauchpfeifen lieber. Aber für eine Vierschlauchpfeife hat die Evoque bei mir tatsächlich relativ viel Begeisterung erweckt. Und das liegt an den zwei kleinen Tricks, die ich jetzt schon so oft angeteasert habe und euch jetzt endlich mal erzählen will. Die Evoque hat in den Schlauchanschlüssen unten, wo man sie in die Base schraubt, kleine Bohrungen. Was bedeutet, dass wenn man eine Kugel in dem Schlauchadapter hat, wenn man mit mehreren Leuten raucht, man trotzdem entdüften kann, wenn man den Schlauchanschluss einfach ein kleines Stückchen rumdreht. Ich blende euch das immer mal wieder ein, wie das dann aussieht. Das funktioniert mega gut. Man muss halt aber den Schlauchanschluss ein kleines bisschen drehen. Wer darauf keine Lust hat, hat einzig und allein die Wahl, über 100 Euro mehr auszugeben und eine Edition 4 Premium oder zum Beispiel eine Stimulation Pro X2 zu kaufen, die dann nochmal teurer ist. Ich finde, man kann den Kompromiss, dass man den Schlauchanschluss ein kleines bisschen drehen muss, um zu entlüften, gut in Kauf nehmen, wenn man eben keine 350, sondern nur 179,90 ausgeben muss. Ob euch das aber so passt und ob ihr darauf Bock habt, das müsst ihr im Endeffekt wissen. Ich persönlich sage, wenn jemand eine günstige, geile Vierschlauchpfeife haben will und ab und zu entlüften will, dann reicht das so vollkommen aus. Wenn ich jetzt mal meinen Schlauch umstecke, kann ich euch das nochmal demonstrieren. Ich werfe da mal kurz noch die Kugel mit rein. Das heißt, in meinem Anschluss hatte ich gerade noch keine Kugel. Jetzt werfe ich sie rein. Die werden einfach nur in den Schlauchanschluss gelegt, was tatsächlich ein kleiner Minuspunkt ist, auf den ich gleich noch komme. Und dann kann ich meinen Schlauch hier reinhängen und jetzt kann ich nicht mehr pusten. Da ist Widerstand, da geht nichts. Jetzt drehe ich aber ein kleines bisschen an meinem Schlauchanschluss. Ich ziehe erstmal, dann drehe ich auf und dann entlüfte ich, damit ich noch Rauch in der Lunge habe. Dann sieht das Blow-Off immer geiler aus. Mache ich auch immer so. Also ich ziehe, drehe auf und puste. Also ich habe dauerhaft gepustet, irgendwann aber zugedreht und ihr merkt, dann geht auch nichts mehr. Das dichtet auch wunderbar ab, aber man kann eben aufdrehen und obwohl man eine Kugel im Anschluss hat, kann man das Ding trotzdem entlüften. Finde ich einen nice kleinen Trick, ohne da irgendwie ein APS und Co. einbauen zu müssen, was aufwendig ist, anfällig ist und vor allem teuer ist. So, ich stecke aber wieder um und nehme die Kugel raus, weil Durchzug, Freunde. Durchzug. Aber kommen wir gleich im Rauchweilen. Dazu schraube ich den einfach kurz ab, schnick die Kugel raus, packe die hier in den Steckballadapter und schraube meinen Schlauchanschluss wieder dran und kann dann weiter rauchen. Da habt ihr eben auch die erste Blow-Off-Variante gesehen, es gibt aber tatsächlich eine zweite und zwar kann man die Rauchsäule von der Pfeife abschrauben, hat darunter vier Ventile, die man einfach mit einem Fingernagel aufdrehen kann. Da hat man so vier kleine Plättchen, die legt man dann beiseite und dann schraubt man die Rauchsäule wieder drauf. Das untere Stück der Rauchsäule liegt dann so über den Kugeln, dass sie nicht wegfliegen können, man aber trotzdem durch diese Ventile dort entlüften kann, was auch mega nice aussieht meiner Meinung nach. Und es ist einfach geil, dass man eine Vierschlauchpfeife, die eigentlich nicht zum Entlüften gebaut wurde, trotzdem auf zwei verschiedene Blow-Off-Varianten umbauen kann. Da wir aber gerade bei der Optik sind, wie gefällt mir die Pfeife? Und Leute, Optik ist immer super subjektiv. Das heißt, wenn euch die Pfeife gefällt, scheiß drauf, was ich sage. Das ist nur meine Meinung. Ich finde die Pfeife aber hübsch. Generell muss ich sagen, ich bin halt eher der Einschlauchfreund. Ich habe mich daran gewöhnt, dass an so einer Base ein Anschluss ist. Ich finde, das sieht ein bisschen voll aus, wenn da vier Anschlüsse dran sind. Es gibt aber auch genau die Leute, die sagen, ich finde das komisch, wenn da nur ein Anschluss dran ist. Deswegen, das ist Geschmackssache, das müsst ihr selber wissen. Abgesehen davon, dass ich finde, dass die Base relativ voll ist, finde ich die Pfeife sehr schön designt. Die Bowl ist im klassischen Viro-Design, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen. Diesmal aber mit einem Schraubanschluss obendrauf, den wir aber ja austauschen können mit dem Steckball-Adapter. Da muss ich aufpassen, dass mir die Kugel nicht abhaut. Und dann kann man jegliche Steckballs drunter setzen. Und da gibt es halt auch sehr wenige Vierschlauchpfeifen, wo man das überhaupt machen kann. Mir fällt wieder nur die Edition 4 Premium und die Pro X2 ein. Ansonsten gibt es da nichts. Also, Bowl-Design finde ich schön. Base finde ich auch schön geformt. Ich würde mir das Ding trotzdem mal als Einschlauchpfeife wünschen. Ist aber eine Vierschlauchpfeife und macht ja auch unglaublich viel Sinn, mal eine Vierschlauchpfeife im günstigeren Segment für die Viro-Company rauszubringen. Weil es einfach eine sehr gute Addition im Produktportfolio ist. Wir haben zwei kleine Pfeifen und eine sehr kleine Travel-Pfeife. Wir haben in Kooperation mit Mose noch eine größere Einschlauchpfeife. Aber es gab bei Viro noch keine Vierschlauchpfeife. Zumindest bis jetzt. Die Rauchsäule finde ich mega gelungen. Ich finde die ultra schön mit dieser kleinen Platte unten, die dann über der Base liegt, um zu verhindern, dass die Kugeln aus dem Entlüftungsventil springen. Ist ein Meisterstreich. Designmäßig wunderschön gelöst, aber auch funktional toll. Mag ich sehr gerne, wenn diese Kombination am Start ist. Die Rauchsäule finde ich auch schön gemacht. Wir haben zwei konkave Elemente. Und hier in der Mitte nochmal so ein Diamond-like geformtes Ding. Wir haben den Kohleteller, der auch sehr besonders geformt ist. Wir haben in der Mitte eine relativ hohe Erhöhung, die dann nach außen nochmal konkav wird. Und wir haben auch einen 18,8er Kopfschliff. Das heißt, wenn jemand möchte, kann man da auf jeden Fall auch noch einen Molassefänger drunter setzen. Oder, wofür es bei mir meistens genutzt wird, zum einfachen Saubermachen. Das heißt, man kann den ganzen Teller einfach runternehmen, mit in die Küche nehmen und kann das gerade sauber machen. Dann hat man schon mal die Asche wieder vom Teller weg. Kann den Kopf sauber machen und dann kann es in die nächste Runde gehen. Optik für mich auf jeden Fall mega geil. Die zwei Blow-Off-Varianten sind geil geworden. Ich finde es angenehm gelöst. Und die Pfeife an sich optisch auch sehr schön. Auch wenn für mich trotzdem eigentlich lieber eine Einschlauchpfeife wäre. Aber wie gesagt, das muss jeder selbst wissen. Ich weiß, dass es genug Leute bei euch gibt, die sagen, nein, ich will eine Vierschlauchpfeife, die ich mit meinen Freunden rauchen kann. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Das ist einfach nur nicht so meins. Da muss jeder sein eigenes Ding finden. Noch kurz zwischendrin, dass der Steckball-Adapter einfach mitgeliefert wird, finde ich wirklich killer. Haben wir bis jetzt sehr selten. Ich würde mir aber wünschen, dass das oft mitkommt. Weil dann kann man eine Pfeife im Komplettset kaufen. Aber die Leute, zum Beispiel wie ich, die schon ein paar Steckballs zu Hause haben, können trotzdem alle ihre Steckballs benutzen. Ich habe euch das in den Cinematics einmal aufgenommen mit der Prestige Ball von der E.ON. Steckball-Adapter draufschrauben und einfach auf eine Steckball stecken. So einfach ist das Ding dann auch schon. Und man kann trotzdem mit vier Leuten rauchen und man verliert keinerlei Feature. Es funktioniert alles genau wie vorher. Noch kurz zum Entlüften. Ich habe jetzt gerade die Variante, sodass der Rauch unten aus den Bohrungen in der Base rauskommt. Wie gesagt, man könnte auch die Ventile oben aufschrauben und dann noch unten aus diesem Schlitz an der Base entlüften. Ich finde es aber so, ehrlich gesagt, schöner. Aber es ist cool, beide Möglichkeiten zu haben. Ich zeige euch den noch einmal. Denkt dran, ich habe jetzt keine Kugel in meinem Anschluss, weil ich die Pfeife alleine rauche und dann kann ich natürlich auch direkt entlüften. Hätte ich jetzt eine Kugel drin, müsste ich nur einmal kurz den Schlauchanschluss drehen und könnte trotzdem entlüften. Mit der Kombination aus Metallkugeln im kleinen Ventil und Glaskugeln in den Schlauchanschlüssen passiert es mir nur bei extrem festen Pusten, dass ich auch aus den Schlauchanschlüssen entlüfte. Das heißt, es ist für mich überhaupt kein Thema, dass den Druck beim Entlüften so zu dosieren, dass auch wirklich nur der Blow-Off kommt, wie ich das möchte. Man kann aber auch ein kleines bisschen mitspielen, wenn man besonders feste reinpustet, dann kommt das aus allen Öffnungen. Beziehungsweise dann kommt es aus dem Blow-Off, den man gewählt hat und auch aus den Schlauchanschlüssen. Aber da muss ich wirklich reinpusten. Das war jetzt aber basically so fest, wie ich kann. Kommen wir doch zum Rauchverhalten. Für mich immer der wichtigste Punkt an der Pfeife. Klar, die muss gut verarbeitet sein. Und klar, die muss gut aussehen. Aber diese beiden Punkte sind nichts wert, wenn sich die Pfeife nicht gescheit rauchen lässt. Bei der Evoque müssen wir da ganz krass unterscheiden zwischen Rauchen mit mehreren Leuten. Also vier Kugeln in jedem Anschluss, beziehungsweise eine Kugel in jedem der vier Anschlüsse. So müsst ihr die Pfeife ausstatten, wenn ihr die mit Freunden rauchen wollt, sodass keiner Luft zieht. Oder der, der keine Kugel hat, müsste dauerhaft den Schlauch zuhalten. Was aber einfach nervig ist. Also würde ich euch empfehlen, nehmt einfach die Kugel. Wenn ihr alleine raucht, so wie ich jetzt gerade, dann könnt ihr einfach die eine Kugel aus dem Anschluss, wo euer Schlauch und auch nur aus dem Anschluss, wo euer Schlauch drin ist, rausnehmen. So habe ich das jetzt gerade gemacht. Ich habe meinen Schlauch an diesem Anschluss und nur in diesem Anschluss ist keine Kugel drin. Bei den Blow-Off-Ventilen bleiben trotzdem alle Kugeln drin. Warum muss man dann so krass unterscheiden zwischen mit vier Kugeln rauchen oder mit keiner Kugel rauchen in dem Anschluss, wo man gerade dran steckt? Ganz einfach, alles was im Weg ist, von unserem Weg des Durchzugs, nimmt uns natürlich auch ein bisschen Durchzug weg. Das ist unumgänglich, das ist immer so bei Vierschlauchpfeifen, da gibt es keinen Weg dran vorbei. Aber durch die riesigen Kugeln bei der Evoque kostet es doch schon ein ganzes Stück Durchzug, wenn man die Kugeln drin hat. Was wie gesagt unumgänglich ist, wenn man mit vier Leuten oder mit mehreren Leuten an der Pfeife rauchen will. Ich würde sagen, der Durchzug, wenn man alle Kugeln drin hat, beläuft sich auf so eine 7. Das ist keine schlechte Note für eine Vierschlauchpfeife, das ist keine besonders gute Note für eine Vierschlauchpfeife. Ich würde sagen, der Durchzug ist für eine Vierschlauchpfeife relativ Standard, eben eine Note 7. Wenn man die Kugel allerdings rausnimmt und die Pfeife alleine raucht, dann ist der Durchzug geisteskrank gut. Also die Pfeife schlägt für mich beim Durchzug sogar so mein aktuelles Nonplusultra, was es im Moment auf dem Markt gibt. Das ist die Edition 4 Lounge, nochmal um eine komplette halbe Note. Edition 4 Lounge, würde ich sagen, kriegt so eine 9 auf der Skala bis 10. Die Evoque, das muss eine 9,5 sein. Also das Einzige, was noch besser ist, ist die alte Ocean Euphoria. Die gibt es aber nicht mehr und deswegen ist das hier ohne Kugel die Pfeife mit dem besten Durchzug, den ich kenne, wenn man die Kugel rauslässt. Also ich kann mal einen kompletten Zug nehmen, aber ihr werdet merken, das ist wirklich fast wie Atmen. Man hat wirklich fast keinen Durchzug mehr. Das geht wahnsinnig schnell. Und ihr seht ja auch, was dann für Wolken rauskommen im Handumdrehen. Also das dauert nicht mal eine Sekunde. Ich habe es nicht getimt, aber ich denke, das ist nicht mal eine Sekunde. Da ist die Lunge komplett voll mit Rauch und da kann man auch einfach nicht mehr ziehen. Durchzug mit Kugel, Standard würde ich sagen, ist ungefähr 7 von 10. Ohne die Kugel, 9,5 ist geisteskrank. Ist die beste Pfeife vom Durchzug her, die ich kenne. Period. Haben wir also den Durchzug beim Rauchverhalten geklärt, bleibt uns noch das Entlüften. Mit der Kombination, wie ich es euch gerade genannt habe, also Metallkugeln im Entlüftungsventil und den Glaskugeln im Schlauchanschluss, die beim Entlüften eigentlich nichts machen, weil man an den Kugeln sozusagen entlang oder vorbei entlüftet. Das Entlüften geht einfach, das Entlüften, also ich habe absolut keine Mängel beim Entlüften gefunden. Sagen wir es einfach so. Das Entlüften geht easy, genau so, wie man das haben will. Ich finde das ehrlich gesagt sogar nice, dass man ein bisschen mit dem Druckpunkt spielen kann. Und wenn man auch aus den Schlauchanschlüssen entlüften will, kann man da wirklich gut reinklotzen und dann fliegt da auch alles auf. Haben wir also das Rauchverhalten geklärt, fehlt uns noch das abschließende Fazit und meine Einschätzung, für wen diese Pfeife ist. Beim Fazit muss ich sagen, ich bin sehr begeistert von der Pfeife. Ich war überrascht, wie gut mir die Pfeife für eine Vierschlauchpfeife ganz persönlich subjektiv gefallen hat. Objektiv aber eine wirklich sehr gute Pfeife geworden. In der Preiskategorie 180 Euro eine Vierschlauchpfeife, die mit einem Steckadapter kommt, die mit einem kleinen Trick beim Entlüften kommt. Ein sehr, sehr geiles Ding. Es gibt eine Sache, die mich an der Pfeife stört, die muss ich auch auf jeden Fall erwähnen. Und zwar ist das, wie das mit den Kugeln gelöst wurde. Um das mit dem Entlüften zu realisieren, konnten die Kugeln nicht in die Base gelagert werden. Heißt, die liegen im Schlauchanschluss. Das Problem damit ist, dass die nicht irgendwie fixiert im Schlauchanschluss liegen, sondern locker da drinnen liegen. Das heißt, ich kann jetzt diesen Schlauchanschluss abschrauben, ich nehme mal den Schliffanschluss raus, schraube diesen Schlauchanschluss raus und hier liegt einfach die Kugel drinnen. Jetzt fragt man sich, was macht das beim Rauchen? Beim Rauchen eigentlich nichts. Aber beim Saubermachen ist das eine einzige Falle. Fast jedes Mal, wenn ich die Pfeife sauber gemacht habe, ist mir kleiner Dummkopf schon die erste Kugel abgehauen. Bis jetzt ist sie noch nicht in den Abfluss oder noch nicht wieder auffindbar gewesen. Sie ist ja auch schön groß. Ich denke, es ist bei mir aber nur eine Frage der Zeit, bis ich die erste von diesen Kugeln verliere. Man kann natürlich die Kugel hier drinnen lassen und auch den Schlauchanschluss einfach dran lassen. Es ist mir aber schon oft passiert, dass ich dann die Rauchsäule hingelegt habe, das Ding hier runtergefallen ist und die Kugel dann auch einen Abflug in der Küche gemacht hat. Wie gesagt, bis jetzt habe ich sie immer gefunden. Ich würde aber nicht meinen Arsch drauf verwetten, dass mir die nicht irgendwann abhaut. Ich habe ehrlich gesagt keinen Lösungsansatz, wie man das hätte besser machen können. Ich kann nur sagen, das ist ein bisschen nervig oder zumindest, da muss man auf jeden Fall drauf aufpassen. Abgesehen davon finde ich die Pfeife aber wirklich krass gelungen für 180 Euro. Ein geiles Paket. Für mich definitiv eine meiner neuen Lieblingsempfehlungen. Wenn mich Leute fragen, Marv, sag mir mal eine günstige, aber geile Vierschlauchpfeife, die du empfehlen kannst. Und noch viel besser, viele Leute schreiben auch, ich will eine Vierschlauchpfeife, mit der ich trotzdem entlüften kann. Und da gibt es halt wie gesagt nur zwei Pfeifen, die beide über 350 Euro kosten. Wer diese Kleinigkeit verkraften kann, dass man halt kurz an dem Schlauchanschluss drehen muss, kann sich da halt easy peasy ordentlich Geld sparen und hat trotzdem eine sehr geile Pfeife. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, was ihr von der Evoque haltet. Haltet, lasst mir gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Denkt gerne an den Code SWG, falls ihr was bei Vyro oder E.ON im Shop bestellt. Das unterstützt mich wirklich massiv. Dicker Kuss geht da an der Stelle raus und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal, eure Shisha-WG.